Die Rechten sind auf dem Vormarsch Ich steh immer mit dem linken Fuß zuerst auf Aus Prinzip der Fette wird immer Torwart Die Denker werden nicht gewählt Es herrscht das Recht des Stärkeren aus dem Sportplatz Ja, ich hab ne Mordsart Doch eher vor den Bullen als vor den Chavos hinten im Bus Mehr vor portfaktischen Wahrheiten als augenscheinlichen Staatsfeinden Doch am allermeisten vor Bahnreisen bei Winterangro Früher war ich einfach desinteressiert Doch warum fühl ich mich heute so schlecht und sind kreatypische Deutsche? Verbindet die fette Plauze, immer nur schlechte Laune Blind auf dem rechten Auge Bin ich hier echt zu Hause? Gewinnt hier immer der Lauteste? Okay, dann dreh auf den Mist Jetzt reden wir auch mal mit Es braucht Einfälle, weil nur die Einfältigkeit der Menschen Wenn ihre Fettigkeit übertrifft Polen ist offen Holt die Pistolen Es wird wieder geschossen Kanonen aufs Spatzen Bla 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 Noch sind es nur Platzpatronen Bla 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 Aber was, wenn wir sie machen lassen? Polen ist offen Holt die Pistolen Es wird wieder geschossen Kanonen aufs Spatzen Bla 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 Noch sind es nur Platzpatronen Bla 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 Aber was Man muss jetzt wieder Sachen diskutieren Von denen ich dachte Jeder Schwachkopf hatte das kapiert Was ist noch passiert? Jede anderes Büro hier Führt ihr Spatzen und Spazieren Unfassbar, was sie spattronieren Ja, ja Alles normale Menschen Mit irrationalen Ängsten, oder? Die sagen nur, was sie denken, oder? Befühlte Wahrheit Statt Fakten und Argumenten, oder? Quasi Beratungsgiftes Nazis sagen, sie sind keine Nazis Aber, aber wenn Nazis Nazi-Sachen machen Dann darf man sie Nazis nennen Seines Tages, wenn Keine Nachfahren Bei mir nachfragen Wusselt ihr von diesen Faschisten Und ihren Absichten Was wir denn getan haben? Hat man es nicht ahnen können? Wolltet ihr's nicht wahrhaben? War's nicht in den Nachrichten? Hab wir denn gedacht Ach was, das sind nicht ein paar Prozent Damit ich etwas anderes sagen können Als ich hab's verpennt war's nicht in den Nachrichten erst行 genau kurz minute Ja Hab am lasst los Zum